Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Video auf meinem Kanal Global Heart Projects. Hier stelle ich immer ein Kunstwerk und seine Geschichte vor. Dieses Kunstwerk ist in der Heiligen Nacht 2019 entstanden, also von Heiligabend auf den ersten Feiertag und trägt auch diese Energie in sich. Es trägt den Titel Weihnachtsstern und neuer Morgen und ist aus der Serie Neuroart, hat also neurographische Elemente auch in sich. Stell dir vor, du ruhst in deinem Herzen. Dir kann der Sturm außen, der täglich auf dich einströmt, nichts anhaben. Du bist zentriert und wirklich ganz in dein Herz zurückgelehnt. Dann geht der Weihnachtsstern für dich auf. Das heißt, du beginnst zu strahlen. Du beginnst das Herz nach außen zu tragen und andere mit dem Strahlen anzustecken, die wiederum auch weiterer anzustecken. Dann geht für dich der neue Morgen auf, sozusagen. Die neue Zeit beginnt für dich. Wo das Leben zu einem Fluss wird und die Dinge zu dir kommen, die gerade passend sind und die deinem Plan entsprechen. Dieses Kunstwerk ist zuerst als Zeichnung auf Papier entstanden mit Buntstiften und Filzstiften. Dann habe ich es auf eine Leinwand aufgebracht und weiter verarbeitet. Mit Farbe und wieder mit Buntstiften und Filzstiften. Ich mag mal gerade zeigen, wie das eine Struktur hat. Das seht ihr jetzt unten und oben, wie das integriert ist in die Zeichnung. Dadurch bekommt es auch eine magische Strahlkraft durch diese Dreidimensionalität. Wenn dich das Kunstwerk im Herzen berührt und es zu dir möchte, dann guck doch mal unter dem Link, den ich unter das Video gebe. Dort kannst du es bestellen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es zu dir findet. Und ich freue mich auf deine Anfrage. Ganz liebe Grüße und einen schönen Tag oder Abend.